Pennen und das war jetzt ein Crit und der soll jetzt mal sterben, Alter. Ja, dann haben wir das. Hm, jetzt kommt Asu Obhush weg. Ja, genau. Ja, natürlich, Achtung. Der, der, Kuk, Kuk, was? Kuki, Kuki, genau. Der Tip hat sich jetzt eh premkult und so. Juckt mich aber wenig. Soll er halt hier sein, premkult. Ach, der hat A-Handsch oder wat? Nein. Was hat er denn so? Irgendein Skill hat er bestimmt. Bind. Na ja, sieht nämlich schlecht aus wie die, hm? Pendler und so. Mein Mate, er ist half premkult. Ach, und jetzt lief da. Na ja, brauch ich denn, glaub ich, aber nicht sagen. So, soziär, wer hätte ich schon sein. Dachte ich, dann... Sittet, keiner. Na ja. Wenn keiner sittet, ich hab's auf Video. Na ja, okay, einer sittet. Na ja, wir touchern. Die haben pustet und so. Oh! Okay. Hm, 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 hm. Nein, der holt mich jetzt. Hihi, scheiße. Okay, äh, ja, Hawk. Hi. Ah, das ist auch so ein half prem, half pen. Na ja, ich glaub eher so, so. Arsch der Hose oder ein half prem, glaub ich, oder so. Ja, hm, hm. Natürlich der Damage bei einem Boost. Übel Damage. Warum probier ich denn der auch einfach? Oh, hm. Ich hasse es vor. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja. Naja, die sollen nicht über AP Flamer oder was weiß ich, die sagen, äh, AP, äh, ihr AP Noobs oder was weiß ich, wenn sie, keine Ahnung, sie können es sich nicht leisten, äh, was weiß ich, was sind ihre Probleme, äh, warum sie keine AP haben, weil sie das Nooblike finden oder was. Ich mein, das ist halt ein Online-Spiel und da kann man halt Geld ausgeben und, äh, ja, viele Leute machen das halt und, äh, ja, viele Leute machen das halt. Wenn ich Geld dafür ausgab, dann nutze ich das ja eigentlich auch, oder? Ich mein, ja. Ja, wow, low. Hier ist Jumi sowas schon gar net. Ob ich low bin, ob ich pro bin, ob ich noob bin, ob ich, oh, ja. So, komm. Ja, das schafft natürlich nicht, das ging ja auch nicht, das war zwei Jäger ein. Naja, kann er auch nix machen. Ja, genau, flamme ich zu. Aber natürlich mein Mate. Hm, Bremen, oh, ah. Auch full Bremen hier, der Lauch. Klar, Hauptsache ich bekomme hier übel Hits. Ja, genau, und dann noch werde ich so hier. Hm, leck mich, Alter. Guckt euch an. Er flamet gerade über Bremen und Arnsch. Was macht er? Er bremt sich einfach durch. Ja, komm. Ja, kann ich jetzt auch nix mehr machen. Komm. F*** euch alle. Ist ja ein Hit. Ja, ich rage gegen's auch. Ja, dankeschön, dass du es hier bist, Kuyuki. Oh, ich krieg hier kleinen Kram von der Hand. Ah, meine Hand. Okay, das war jetzt mies. Naja. Skill-Up. Ja, ah. So sorry. Trotz AP. Nicht mal war's. Nicht mal. Los, sprech weiter. Ich lese. Meine Hand. Solo. Baddy. Hm, okay. Ich bin ein Baddy. Juckt mich kaum. Oh. Ah, guck. Sagt deine User-Info so. Das schlecht. So, der hier flamet die ganze Zeit. Der lasst doch alles zu. Wow. Ein Baddy bin ich also. Okay. Ich bin bad. Wusste ich doch schon immer. So, und dann mal gucke. Hier. So. Komm. Naja. Oh, hier vielleicht ein Decker oder so. Decker. Es ist eiskalt. Weint. Komm. Ich füge hier rein. Naja. Ist ja auch das Captain. Let's go. Nein. Nein, Captain. Dann halt nicht. Schaser. 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 Sch- Sch- Schaser. Ja. Okay. So spiel ich jetzt mal eine Runde. Mal gucken. Office. Ja. Lieblings-Map, ne? Schaser, komm. Ich chaser dich jetzt. Sch- 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 Jetzt können wir mal 50 Sekunden warten auf respawn. Ich hoffe, ich habe genug Platz auf der Verschplatte. Lost Hope, das kenne ich doch, oder? Ne? Ah, nee. Das war dieser andere. Das war dieser Bro Lost Hope. Jojo. Ja, was macht der? Der kann irgendwie rückwärtslaufen. Okay, sie. Sie mal. Serti. 1, 2, 9, 9, 9. Oh, zum wahrscheinlichen, also 1997. Also, der kann rückwärtslaufen. Ne, jetzt. Ja, guck. Schaser zu gucken. Aha, aha. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Der bekommt nur Hits-Up. Fuck. Fuck, was ist jetzt los? Wir sind noch in 9 Sekunden, oder? What the fuck? Was? Was geht? Warum war der gerade in Lobby? Hm, hm. Na, mal gucken. Vielleicht geht der Chaser gar nicht, äh, hier, random. Vielleicht... Ach, komm, lass den mal behindern. Dann ein bisschen hier. Wo ist denn der? Ja, wenn ich ihn... Okay, er geht random. Hm, irgendwie habe ich noch keinen Hit abbekommen. Das ist ja geil. Obwohl ich denn die ganze Zeit den Weg... Äh... Ah, nee, 100.000 Leitung. Eilitung. Ah, schönes Wort. So, komm. Ein bisschen Wall-Shoot. So, komm. Komm, 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 komm. Klar. Klar. Ich bin sein erster Kill. Respekt. Ich will es angehen. Oh, natürlich will er das. Oh, Mann. Irgendwie aber der killt niemals. Na, guck mal, dieser, dieser Kusaki, AFK. Beautiful Angle, AFK. Ich verstehe eigentlich völlig behindert. Okay. Metallic. In Chaser-Modus. Okay. Aber nicht, wenn man ein Chaser ist. Vielleicht komme jetzt ich mal als ein Chaser hier dran. Kann ich auch mal ein paar Punkte machen. Muss ich mal gucken. Komm. Los. Mach jetzt mal hin, ey. Mal hin, ey. Ich bin so dumm. Ich auch. Ja. Gut. 5 Sekunden und den Chaser zu wechseln. Tralalalalala. Lost home. Ist das Typ AFK? Das Ding. KILLEN! Hm. Hm. Sieht ernst aus. Sieht nicht so aus, als er der Typ AFK, ne? So. Wallshooten. Wallshooten.